Ob gekocht als Suppe oder im Salat, Spargel kommt bei vielen Deutschen im Frühling regelmäßig auf den Tisch. Allerdings sollte das beliebte Saisongemüse frisch sein. Wie frisch der Spargel ist, erkennt man an seinen Spitzen. Je geschlossener diese sind, desto frischer das Gemüse. Auch feuchtes Schnittstellen und leichtes Einritzen mit dem Fingernagel weisen auf das Alter hin. Reicht das noch nicht, hilft der Quietschtest. Quietschen die Stangen beim Aneinanderreiben, handelt es sich um frisches Gemüse. Zudem sollte Spargel nicht zu lange gelagert werden, sondern so schnell wie möglich zubereitet werden. Um etwa ein bis zwei Tage lässt sich die Frische verlängern, indem man die Stangen in ein feuchtes Tuch einwickelt. Wirkt der Spargel etwas welk, kann man ihn vor der Zubereitung noch zwei Stunden in kaltes Wasser legen. So wird er wieder knackig und lässt sich einfacher schälen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017